Hoffenheims Trainer Marco Wildersinn. Denn Eversberg steht völlig neben den Schuhen. Und Adamian darf schalten und walten, wie er will. Der Armenier wackelt die ganze SVE-Abwehr aus. 2-0. Klar, Adamian ist zu gut für die Regionalliga. Aber ganz ohne Körperkontakt, das geht zu einfach. Und Hoffenheim drückt weiter. Gutes Kombinationsspiel. Diesmal tanzt Baumgartner durch die Abwehr. Auf Adamian. Adamian Lehmann. Überragend. Feine Technik von Adamian, aber Lehmann mit toller Reaktion. Und die fordert der Eversberger Torwart auch von seinen Mitspielern. Lehmann geht richtig aus dem Sattel und versucht, seine Vorderleute wach zu rütteln.